Hallo und herzlich willkommen bei Ihrer RHG Dresden Baustoffe. Mein Name ist David und ich freue mich, euch heute ein kleines Gewinnspiel präsentieren zu dürfen. Erstmal vielen lieben Dank an die Firma Flex für die tolle Unterstützung. Was gibt es zu gewinnen? Unter allen Kommentaren unter diesem Video verlosen wir einen Winkelschleifer der Firma Flex. Wir freuen uns auf Eure Teilnahme und wünschen Euch viel Glück. Euer David